Ja, ich bin Antonia Kühn von der IGBAU im Rheinland und muss sagen, dass wir in den Branchen der IGBAU wirklich harte Auseinandersetzungen fahren, viele Kämpfe, Abwehrkämpfe auch mit den Arbeitgebern führen, sodass normalerweise keine Luft bleibt, um auch mal über den Tellerrand zu schauen. Dieses Projekt Arbeit 2020 Plus hat uns aber genau das ermöglicht. Mit professioneller Begleitung und professionellen Instrumenten ist es uns geglückt, einmal jenseits der üblichen tagtäglichen Kämpfe Ansatzpunkte zu finden. Ansatzpunkte für konkrete Handlungsoptionen, die wir gemeinsam entwickelt haben, um Mitbestimmung in Veränderungsprozessen auch zu stärken. Man muss ganz klar sagen, das wäre für eine kleine Gewerkschaft wie unsere ohne so ein Projekt überhaupt nicht denkbar. Und wir haben in unseren zwei Jahren der Projektteilnahme wirklich gute Beispiele erfahren, die wir auch in die Zukunft und als Beispiele für andere Betriebe, für andere Branchen mitnehmen können. Und dafür muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass es das Projekt gegeben hat. Ich würde mir wünschen, dass es eine Fortsetzung gäbe.